Viele sagen, man muss einmal im Leben Winston-Golf gespielt haben. Es ist wirklich phänomenal. Best week of the year for me is here. Wir haben einen Preis gewonnen, ja. Wir sind zur beliebtesten Golfanlage Deutschlands gewählt worden. Die beiden Plätze zu spielen sollte auf der Golfer-Bagette des Stegen. Ihr solltet mal kommen und sie spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017